Wer Kamilita wiedersehen möchte am Donnerstag live in Scherding beim BeFreeDay, nehmt's Prospekte, bitte, das sind Plakate. Wer noch irgendwo ein Plätzchen hat, nehmt's ans mit, bickt es hin. Wer auch da sein wird, Franz-Josef Neffe, vielen Dank für deinen kurzen Beitrag und jetzt nochmal herzlichen Dank für unsere Hauptredner, für Thomas Bachheimer. Vielen Dank fürs Dasein und fürs... Der geht, der ist legendär. Der ist legendär. Das ist besser wie Tschakka. Der ist gut. Und herzlichen Dank an Eduard Kahn von der Leihsschule Salzburg. Nochmal Webseite www.hartgeld.com www.leihsschule-salzburg.at Ja, wie gesagt, Donnerstag, 23.04. ist in Scherding. Freue mich, wenn ich viele von euch dort wiedersehe. Die nächste Montagsinfo wird auf der www.montagsinfo.com. Das ist noch nicht fix, wird im Juni sein oder Mai, Mai, Juni. Einfach bitte nachschauen. Nehmt euch auch noch Flyer mit. Diese blauen Flyer. Da stehen dann auch die Adressen drauf von Sprechern, die schon da waren etc. und wo man uns so findet. Ich freue mich, dass ihr da wart und bleibt locker. Es ist ziemlich faschigsmäßig momentan. Es geht die Post ab und lasst euch nicht betrüben. Herzlichen Dank. Schönen guten Abend noch und eine schöne Woche. Gute Zeit. Viertel. Was war dann? Joe Kreisl ist übrigens auch dabei, der da singt und wird am Donnerstag zwei neue Songs präsentieren. Und schnell davor, sie vertieften unser Essen und das Wasser nimmer hart und Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer nah, weil das ist der Grund. Und das System mit den Personen haben wir lang, weil das ist der Grund. Und das System mit den Personen haben wir lang, weil das ist der Grund. Und das System mit den Personen haben wir lang, weil das ist der Grund. Vielen Dank.